Ey Joey, hast du eigentlich mal meinen Kack-Trick ausprobiert? Was für ein Kack-Trick? Du musst, wenn du irgendwie aufs Klo gehst, bei irgendwie Fremden oder bei deinem Date, so viel Klopapier nehmen, dass deine Hand bedeckt ist. Und dann musst du deine Hand mit dem Klopapier da unten hinhalten und das dann quasi so... Ihhh, Julia, du sagst, willst du mir gerade erklären, dass ich meine Wurst auffangen soll? Ihhh... Oh mein Gott, ich stelle es mir gerade bildlich vor, wie du da über der Schüssel hängst und deine eigene Wurst auffängst. Julia, ich werde dieses Bild nie wieder aus meinem Kopf bekommen.